Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Mittelfeldspieler Shinji Kagawa zu Girondins Bordeaux dementiert. Davon ist mir nichts bekannt, sagte Zorc den Ruhel-Nachrichten. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Zuvor hatte der für Bayern Sport tätige Journalist Eric Berrer via Twitter vermeldet, dass sich der BVB mit dem französischen Erstligisten über ein Leihgeschäft bis zum Saisonende grundsätzlich geeinigt habe und lediglich noch Details zu klären seien. Elixiste an Accord de Principé entre at Girondins et at BVB for la prete 6 mois de S-Kagawa-317 dans le rôle du milieu axial sible par la staffe and recherche de temps de juge. Restive con vanker le juge qui rêve d'Espagne. Januar 2019 Shinji Kagawa vertraglich bis 2020 an den BVB gebundener japanische Nationalspieler kommt unter BVB-Coach Lucia Favre in dieser Saison kaum zum Zug und stand bislang nur in vier Pflichtspielen auf dem Platz. Folglich waren zuletzt Spekulationen um einen möglichen Abschied des 29-Jährigen aus Dortmund aufgekeimt. Kagawa war einst im Sommer 2010 vom japanischen Zweitligisten Sereso Osaka nach Dortmund gewechselt. Zwei Jahre darauf folgte der Transfer zu Manchester United, wo sich Kagawa jedoch nicht durchsetzen konnte und folglich 2014 wieder zum BVB zurückkehrte. Sein aktueller Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2020. Untertitelung des ZDF für funk, 2017